Die Tour führt entlang des Donauradwegs von Linz nach Grein. Besonders sehenswert hier in Grein ist das Schloss Greinburg, eine der ältesten Burganlagen im gesamten Habsburger Reich. Einen Ausflug wert ist auch das Keltendorf in Mitterkirchen. Dort wurde ein Dorf aus der Hallstattzeit originalgetreuer wieder aufgebaut und es finden immer wieder interessante Workshops und Veranstaltungen statt. Besonders als Radfahrer gewinnt man viele außergewöhnliche Einblicke in die reizvolle Donaulandschaft. Hier gibt es auch die Möglichkeit, das Radfahren mit Kulturgenuss zu verbinden. Zum Beispiel in der lebendigen Landeshauptstadt Linz mit ihrer Kulturmeile, die direkt an der Donau liegt. Absolut sehenswert das Ars Electronica Center, das Museum der Zukunft.